Hey, willkommen zurück zu Shadowrun Dragonfall. Gut, nur wenn wir alle Türen hier aufhören, können wir die auch mal aufmachen und dringucken. Ein Schreibtisch. Okay. Das sind Finanzdaten? Was? Wie? Okay, wieder mit dem Platz. Oh, der beschwert sich gar nicht. Das ist eine gute Frage, wieso dieser Platz die ganze Finanzdaten hat. Okay, aber wie? I'm seeing projections for future profits in here. Way outside of the scope. Entweder ist es falsch oder gibt es einiges, was du nicht weißt. Und breaking kneecaps. Okay, das hat er jetzt ein bisschen gestresst irgendwie. Also mit der Info hat er nicht so ganz gerechnet. Gut, ich bin gespannt. Da ist gar nichts. Dann machen wir mal auf hier. Oh, oh. Oh. Locked. Door Control Terminal. Medical Supplies. Locked. Da können wir mal gar nicht drinnen. Dann müssen wir wohl hier lang. Ne, hier ist nix. Firewall Terminal. Das ist dann wohl die Sache vom Blitz. Okay, da mischt du Zugriff an. Some guards in the other room. Okay, jetzt ist mir wahrscheinlich wieder dran. Genau. Queue Area Door. Ah Gott, das sind wir hier wieder. Moment, dass du hier noch hast. Take Bits. Brauchen wir die Bits. Immer nicht sicher. Was passiert? Kann ich den nur mal holen? Ich hol die Anbüste mal. Man. Kann ja. Data Note. Da waren wir mal. Ist da noch sonst irgendwas? Door Control. Das war die eher schnell hier. Ist nix mehr. Gucken wir mal, ob wir mit den Bits nur irgendwas anfangen können. Ist verdächtig ruhig. Ich wollte Tor. Mal gucken, was es hier noch gibt. Door Control South. Okay. Da kann ich nix machen. Ist schade. So kann ich das nicht. Und dann ist das da jetzt die Türkontrolle im Norden wahrscheinlich. In dem Raum zuvor, wo wir waren. Nämlich morgen. Ich kann da nichts mit anfangen. Hallo. Plitze bist du auch Top-Hacker. Ne. Kann ja nix mit anfangen. Schade eigentlich. Gut, dann gucken wir mal, wie die hier hinkommen. Ah, das Durchgang hier. Interessant. Ja. Das müssen wir wohl machen. Okay, jetzt hoffe ich doch. Ja. Machen wir mal. Warte mal, hier ist immer noch zu, oder? Oder ist hier schon auf magische Art aufgangen? Nö, es lockt. Alles klar. Das sind dann wahrscheinlich die Ware hinter dran. Nö, hier ist gar nix. Wow. Äh. Was? Was machst du? Mach mal. Okay. Nur noch eins. Hä? Was? Was? Wie, wo? Wann? Wer? Ja. Ja. Hätte man sich ja verständen gekennen. dass es jetzt noch um Zinsen geht. Nearby safe. The package is secure. Ich weiß nicht nur was es ist, aber ähm. Es ist wahrscheinlich Keku die Idee, wenn wir das klauen. Ja, ist wahrscheinlich besser so. The deal is done. Let's get out of here. Okay, new objective escape. Ich habe das Gefühl, das wird nicht ganz so einfach. Okay. Oh. Ja, äh, die ist zu. Was froscht du so blöd? Ups. Was? Du bleibst schon ein bisschen ruhig. There's a catch. Okay. Four different alarms from triggering. Uh. Ja. Das wird es wahrscheinlich jetzt, dass dann der Alarm losgeht. Ah, Blitz, du. Gut, wir können hier nichts machen. Jupp. Genau. Das ist ein Zeichen für uns abzuhauen. Ach, du Scheiße. Reinforcements are on the way. Game set. Oh, nö. Das sind nur zwei. Was sind das? Security drone. Ähm. Du kannst schon Nemo, doch du kannst hier in Deckung. Ähm, was ist denn das? Landenberg Riga und der Enforcer. Der Enforcer macht mir oberen Meister Angst. Hm, da kann ich mich gut flankieren oder so. Es dürfte, dass ich nicht hinter der Türe da quasi stehen kann. So, bringt mal gar nichts. Gehen wir mal da hinten hin. Na super. Ah doch, da kann ich. Ach, da habe ich so flankiert. Ähm. Ach, das braucht zwei Aktionspunkte. Ähm. 80 Prozent. Na immerhin, oder? Und das haut ein bisschen mehr drin. Yo. Das haut gut drin. Wow. Das aber auch. Machst du? Das ist nur Riga. Ähm. Kannst du eventuell? Ne, kann er nicht. Trefft nämlich nichts. Ähm. So, einer weniger. Gut, der hat vorbeigeschoss. Ähm. Jetzt komme ich wieder. So. Ähm. Jetzt verteile ich meine Liebe ein bisschen. Dann kannst du. Woher? Ja. 4,80. So, genau. Wird wohl Zeit. Und du machst gar nichts, oder was? Warte mal, dann kann ich hier ein bisschen mal reloaden. So, machen wir einfach mal so. Puh. Das wird jetzt wahrscheinlich ein anderes Problem hier. Oh, oh. A maglock clicking shot. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Das ist ja schön, dass ich jetzt immer hier rauskomme. You're gonna have to release a couple of locks. Ja, okay, das ist klar. Once I've opened the door, you'll have to run in and release the locks and back out again. Hm, das ist ja fast klar. Das ist mal noch mehr. Okay. Oh. Äh. Warte mal, hab ich nicht hier. Execute Exploder ESP. Ein Exploder. Was ist denn das? Mach das einfach mal. Und so, dann habe ich immer noch Möglichkeiten, was ich mache. Und zwar, wo ist denn mein, ähm, was ist das? Suppression. Bezahnen. Ja. Das ist nicht schlecht. Ähm. So, und das soll es jetzt ein normales, oder? Ja, okay, ist ja schön. Der Exploder, was kannst du denn du machen? Äh. Explodiert. Kannst du auch so schießen? Nee. Okay. Okay, die haben aber vorbeigeschossen alle gerade. Das ist schon mal. Gut. Ähm. Schon mal gut. Moment. Na ja, das ist doch schön, dass du. Das habe ich ja vorhin gesucht. Okay, ins weniger. 42%. Kommt du mal ein bisschen näher ran. Oh, oh. Okay, ähm. Was haben wir hier? Der Enforcer. Und ne Mage. Ich würde sagen, da hat der Mage. Hat hier mal. Rio. Würde ich falsch behaupten. Also, Mage ist nie gut. Ähm. Ich habe mich gefragt, wie sie verwirrt, was du wo ist. Ähm. Rennen sie eher schon mal hier hin. Wie in Deckung stehe ich. 75, 72. Ah. So. Fertig Damage. Im Ernst? Okay. Das Exploder. Contra-Net. Sonderlich für irgendwas gebrauche. Ähm. Gut. Wir müssen hier das eher schon mal ein bisschen weg. Mist. So. Der war schon ein bisschen näher. Uh. Was ist denn jetzt los? Okay. Okay. Ähm. Okay. Wir müssen hier schon mal hier hin. Und. Zack. Noch irgendwie nachher. Nicht. Ähm. Geht das doofi schon mal hier hin. Irgendwann werden wir jungen treffen. Aber das ist gut zur Ablinkung. Das ist nicht schlecht. So. Ähm. Crit Null. Wenn ich hier hingehen. Funktioniert nicht. Da muss ich einfach. Ich muss den Flankierer. So. Du. Ähm. Halt dich mal. Das geht nicht anders. Und dann guck schon mal. Sehr schön. Der ist ja noch. Ist ja ernst. Okay. Plützi. So. Der ist weg. Ähm. Geht mal hier hin. Zählt das als frankiert. Machen wir. Ähm. Ich könnte allerdings am besten zwei Mo schießen. Das ist wahrscheinlich am besten. Und jetzt machen wir noch sowas hin. Nein. 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 Quatsch. 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 Das do hat cooldown. Okay. Da schießt du nur auf den. Das ist mal total recht. Okay. Geht mal hier hin. Aber nicht in den anderen Raum. Warte bis ich komme. Wir gehen durch die Sammerin. So. Jetzt muss ich hier mal. Hier müsste ich doch eigentlich. Hier bin ich nicht. Hier stehe ich nicht frei. Das ist nicht gut. Fertig. Fertig. Ja. Wohl ja. Okay. Das ist aber nicht zu vermeiden. Eigentlich war es schon. Aber ich wollte eine Bastard halt. Ähm. Komm du mal du her bei mich. Ich probiere mal was. Naja. Eher gesagt. Probier ich das nicht. Ähm. Oh. Das ist ja ideal. Der halt hier wirklich gut. Die Schüsse von uns ab. Oh. Er trefft sogar mal. Naja. Alles klar. Das gibt es ja wohl nicht. Hallo. Okay. Ich muss da noch hin. So. Ähm. So. Du meinst mal kurz heilen. Das soll hier auf Nummer sicher gehen. So. Du gehst mal hier hin. Und. Sehr schön. Oh. Kann man momentan nix machen. Hallo. Ähm. Kannst du eventuell. 89%. Der braucht noch einen Triffer. Juhu. Juhu. Dann kann ich jetzt eventuell. Diese Waffe. Ende 50%. Nicht der Ernst. Äh. Ne. Das hier. 90. Das ist gut für mich. Oh 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 oh. Oh oh oh. Ungut. Was muss ich denn jetzt hier machen? Ich. Das ist so sehr schöne Anne. Ich muss doch in den Raum. Ja. Blitzt nicht jetzt. Ich. Hallo. Okay. Ähm. Sie open. Achso. Zack. Ähm. Geht du sie ja schon mal hier hin. Und. Das ist gut. Was ist das für einer? Oh. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Wow. Kann ich momentan nix machen. Ja. 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 Ich muss mich ja heilen. Der muss eher sterben. Der hilft. Der hilft nix. Wow. Okay. 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 Der Motor her. Wow. Jetzt muss ich mich aber heilen. Ja. Plötzlich kann jetzt nicht. Das ist erst die Kille. Ich hoffe das mache ich richtig. Das müsste ich denn aber flackiert haben. Nett. Scheiße. Das war mein ganzer AP schon. Und du mal hierher. Wow. Keine Ahnung was das wird. 470%. 470%. 4C Damage. 6 Damage. Na super. Was gibt das für eine Fertigstisch? Gleich Blitz. Okay. Achso ähm. Nein. Das ist ja wohl Witz oder? Ähm. Eggnote. Das ist ja wohl Witz oder 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 W Ist das irgendwie möglich, dass man plötzlich 2-Move weht? Okay, das haben wir auch schon mal gemacht, das ist gut. Oh oh! Oh Gott! Oh Gott, ne! Schieß mal hier vorbei, das kannst du wohl nicht sehen! Was ist das für einer? Okay, warte mal, du! Chefche! Wow! Wow! Nicht schlecht! So, ähm... Ei, 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 ei! 67%, das kann doch wohl nicht Sinn! Alter! Oh, ich klingle ein! Interessant, dass du dich hier ins Freie stellst! So, das hat aber drin gehauen! So, das war ein Smitty-Kit! Das tun wir hier gleich schon mal Nullade! Und du... Ach, der hatte... Autoloader, stimmt! ... Okay... ... ... Dann müssen wir sehr wahrscheinlich... ... hier weg! und zwar in die andere tür ich muss schwer an exploder die sprung vor so so in der matrix schaut es ganz gut aus außerhalb der matrix eher nicht so du kommst mal hierher du kommst mit noch einer naja ein bisschen blöd aber ja die schiesse ralga auf my prosa hier das ist gut so und weg du gehst direkt vor dem sanas und das ist aber nicht abgesprochen so stell dich mal hier hin alles ist gut muss ich nehme ich sie ja schon mal in die andere tür oder ne mir ist noch nicht eine position das warte ich lieber noch kurz ich will nur noch rüber spurte oh ich kann halt das habe ich nicht gesehen aber Mist das habe ich nicht gesehen ähm ich versuche diese erste kille das geht jetzt momentan noch nicht grad und eine grenadier 90 damage nicht genug ich kann das auch ähm 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 das hat drinnen gehauen so du musst dich jetzt nur ganz dringend heile nur noch einer das dort gibt es noch nicht das ist schon mal gut aber ich glaube ich check das ding jetzt dann kann ich nämlich schon morin rennen da fascht der hat nämlich viel abkommen da muss ich jetzt ein bisschen risiko gehen so zack da war hierin und da war nur kommen wir so holt du das mal okay buy you a few seconds okay dann mal raus hier okay ja jetzt müssen wir hier raus äh was was wie head for the front door was says the terminal said i need you to access ach das ist zwar da so gute idee ist okay da mal wieder leicht überzogen würde ich sagen machen wir ein kleiner cut wir gucken beim nächsten mal hier lebens wieder rauskomme bis dahin dann bye 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 Vielen Dank.